Hallöchen! Heute zeige ich dir wie du Red Velvet Cupcakes vegan zubereiten kannst. Die sind super schnell und ganz einfach gemacht und jetzt geht es los mit den Zutaten und der Zubereitung. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und schon sind die Red Velvet Cupcakes fertig. Sie sind super fluffig und richtig schön saftig. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken. Dann bis zum nächsten Mal bei meiner Rezepte Welt. Tschüss!